im ja guten Abend liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Reft endlich haben wir mal die Vögelchen wieder auf dem Floß massig ausgebaut was ihr sogar hier sehen könnt nein das ist kein Haus wir bauen hier schon fleißig den Turm ich kann eigentlich noch mal leicht von ihnen zeigen ihr seht ist noch nicht besonders hoch aber die Zeit noch stark im Bau da wollen wir dann die Antennen und Empfänger hinsetzen und so die neuen Insel finden Insel vorauskäpt'n ach und hallo Leute ja so ist halt das auch mit dabei der ist auch da das ist die Hauptsache der ist voll hoch aber ich glaube da kommen wir hoch du versuch dein Ding stell dich auf mein Wasser jetzt ist das verunreinigt ja gerne ne ich will mal gucken ja was brauchen wir wohl für diesen Turm damit der schön groß wird ich die Flanken und Ballen ihr werdet am Ende staunen was da für ein Turm dabei rauskommt ich habe vor denen in dieser Folge zumindest so halbherzig schon zu verletzen da könnte auch daran liegen dass ich fast 80 Flanken habe gönn dir doch einfach die Suppe da ist ein Vogel an unseren irgendwas ich bin verfehlt weg nimm dir meinen Fall ruhig ganz Samen schenke ich dir äh sind eh meine so wo habe ich die Samen das Möwe kam zu mir hochgeflogen Hauptsache du lässt die Möwen da oben in den Nestern in Ruhe nein ich komme ja auch nicht zu mir hingeflogen die Süßen müssen ein paar Eier legen für Frühstück gerade wenn es noch also gerade wenn es noch die Süßen gibt nein aus so dann mal Wasserbelonen Samen mal mit ne hm hier muss ich jetzt ein bisschen höher bauen damit da was eben passt alles was du am Planken finden kannst du mitbringen aber glaube ich nicht nach ganz oben denn ich kann mich irgendwo hochfahren ich komme schon hoch nee da hilft es hilft mir denn ich würde so hoch kommen wir nicht wie viel du liegen lässt ja wenn ihr mit das wollen dass wir uns in Samen und so da ganz oben kommen wir nicht ganz aber zumindest hier unten alles absammeln wir brauchen jetzt nicht jeden Baum so dringend haben wir es auch nicht das wäre nur ein Bäumchen dafür brauchen wir jetzt nicht so hoch warte mal hier fehlt was der brave Vögelchen hat wenig toll ich würde da jetzt haben wir jetzt gemacht und eins ist jetzt weg cool langes spiel ich kann mein Sammeln jetzt wieder höre etwas böses ich habe keinen Platz um die scheißen wir überhaupt zu nehmen weiße wir haben sieben Kisten nutzt du sie mal hier gleich immer die Planken rüber er wird das kommt gleich alle sonst kann ich nie bauen ach komm du alle du alle droller es gibt jetzt das rüber wachsen so sie wollen ein paar Planken haben ja 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 da fallen doch noch hier du kriegst einen Wels als Bef... Entzahlung boah danke äh nen Lachs genau mal komplett voll wo ist ne da äh gar nen Lachs gönn dir so ich schwimmen jetzt mal rüber und ich schwimmen jetzt mal hier den Preis dahinten hui ja und mich könnt ihr jetzt beim Traum beobachten wie im Schnellvorgang so jetzt wohl schon wieder Planken jedoch wenn ich eine Etage Höhe sind gebaut habe und es ist eine Treppenetage ja die Treppe habe ich ein bisschen scheiße jetzt gesetzt dann fangen wir an die äh Antenne und Empfänger hinzusetzen aber jetzt gehen wir erstmal tauchen wir können Haken mehr diese sind doch schon aber da ist was kaputt gut ich brauche hier Schrott wo sind sie da du findest alles was du für einen Schrotthaken brauchst da drin und zwar massenweise Aua hier irgendwelche Anime Liebhaber zu gucken ich wähle euch Bokono Hero Academy ja hab schon gehört soll ganz gut sein naja ich hab den vorher eigentlich mit den halt noch nie geguckt ich hab den vor fünf Tagen angefangen jetzt schon mit der ups jetzt haben wir der zweiten Staffel fertig ja ich muss jetzt hier ein bisschen laden wenn es klappt wenn wir hier so fahren irgendwann würde ich glaube ich brauchste eigentlich irgendwie klappt ich muss gar nicht fatteln ja Leute ihr seht der Turm der baut sich recht gut ich mach das jetzt selber alter noch einiges am Planken mehr und wir haben es ich mach hier vorne die Sammelnetze liegt immer noch der gegarte Hai ne wenn du den haben möchtest das war eine Antwort ja direkt aufgegessen ist normal da kommen die Sammelnetze hin ja ich weiß ihr habt mir geschrieben ich soll x das bringt aber nicht so viel als wenn man das so macht da geht viel weniger verloren der redet beide dasselbe ne nee bei einem Xer geht so viel daneben da glaubst du gar nicht ich rate euch wirklich das in einer Kasten äh Form zu machen ist viel intelligenter du siehst das da oben als deinen Ausguckern ne ja weißt du wenn da oben schon noch nix ist hab ich ne super Idee ja den Chef Vogel zu töten das auch das hatte ich grad vor Entschuldigung war schneller was ich glaub Willi hat uns verlassen ist connected du blockst mich du blockst mich richtig hart mir wieder gerne da ist Willi da hast du es prima hingelegt ja ne wirklich du hättest es nicht besser hinlegen können du leg dich mal dahin damit ich es aufheben kann oh toll ich kann es immer noch nicht aufheben weg da ich muss das Bett weg machen dank dir nicht mehr für liegen nee nö aufstehen scheiße ich hab mir schon irgendwie gedacht dass das funktioniert oder an meinem Setz fest da funktionen fehlen immer angeln Leute da könnt ich den Bels fangen ich bin echt in den ey wenn ihr Glück habt boah ich hab ne Rübe ich glaub ich mach das jetzt so ich mach jetzt äh hier noch die Plattenverbindung zu Ende und sage das ist die erste Etage ok und hoffe jetzt dass man da noch durchpasst ne tut man nicht hm so leute ist der Turm zwar noch nicht fertig aber wir betrachten das jetzt als die erste Etage wir bauen das jetzt noch offline richtig hart aus in der nächsten Folge seht ihr den vollendeten Turm dauert aber wie gesagt noch ein bisschen ich hab ein bisschen heller gemacht na das ist nett von dir hier ja ne ich weiß oh nein ich will die schon wieder unterbote oh nein nein da ist ein Hai oh quatsch aua ja ich sag hier tschau Leute bis zum nächsten mal adios tschüss guck mal Hero Academy guck Nitron Magic guck Nitron Magic das ist auch ein toller Anime pass auf vielleicht kommt Artikel 13 und du bist gleich gestrikt nicht forgive LG